Eines der wohl bekanntesten und auch wichtigsten Öle in der Pferdefütterung ist das Leinöl. Die Pferde scheinen uns zu lieben. Wichtig dabei bei der Auswahl ist, dass man darauf achtet, dass es kaltgepresst ist. Es enthält eine ganze Menge an Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, was dafür sorgt, dass die Pferde ein glänzendes Fell bekommen, dass die Haut schön elastisch ist und das Mähne und Schweif auch gesund nachwachsen. Gefüttert ist es sehr einfach. Man gibt es in der vorgegebenen Dosierung über Müsli-Kraftfutter oder ein Smash und schon ist es im Pferd.